Ihr könnt euch jetzt auch genießen, so ein Deko, der bei uns noch bei Loser mitmacht. Uns gibt heute ganz tolle Preise. Der erste Preis ist eine tolle Idee, die wir haben. Beim Frühlingsanfang ist es genau richtig. Hat der Franz Mayer gestimmt, aber am Adresser. Ihr könnt euch los erholen, ein Einkommen in der Kasse. Da gibt es noch welche für 3 Euro, das stimmt. Und völligweise 10 völligweise zu bringen. Vielen Dank.